Das Smart Podium im Seminarraum 1 ermöglicht Ihnen einige besondere Möglichkeiten bei der Präsentation von digitalen Inhalten. Schalten Sie zuerst den Lektorenrechner ein. Starten Sie den portablen Monitor, indem Sie auf der Mediensteuerung auf ON drücken. Starten Sie das Smart Podium mit dem Knopf im linken unteren Eck. Wenn der Computer hochgefahren ist und Sie sich eingeloggt haben, starten Sie die Software des Smart Podiums. Diese finden Sie im Startmenü unter Computer. Wenn die GoWire Software gestartet ist, sehen Sie am linken Rand des Monitorbildes einen Balken, auf dem Sie verschiedene Werkzeuge auswählen können. Mit dem Stift, welcher in verschiedenen Stärken und Farben verfügbar ist, können Sie auf dem Monitorbild schreiben oder zeichnen. Mit dem Leuchtstift können Sie Textpassagen markieren. Mit dem Radierer können Sie das geschriebene oder gezeichnete wieder weglöschen. Wahlweise können Sie dies auch, indem Sie auf den Rechtsklickknopf am oberen Rand des Monitors drücken und dann die einzelnen Elemente mittels Rechtsklick löschen. Alles, was Sie mit der GoWire Software generieren, liegt wie eine Schablone über dem Bild, ohne irgendeinen Einfluss auf das Bild zu haben. Sie sollten also etwa in einem mehrseitigen Dokument nicht scrollen, wenn Sie bereits etwas markiert haben. Mit der Aufnahmefunktion können Sie deshalb Screenshots des Monitorbildes machen. Diese können Sie dann im Organizer, welcher sich im oberen Bereich des Seitenbalkens befindet, aufrufen und weiter bearbeiten. Wenn der Whiteboard-Tab links oben angewählt ist, haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen. So können Sie etwa Texte oder Formen in aufgenommene Screenshots einfügen. Ebenfalls verfügt das Smart-Podium über einige Dokumentenvorlagen. Alle Bilder, die Sie so generieren, seien es nun Screenshots oder Dokumente aus Vorlagen, können Sie jederzeit als Bilddateien oder auch als PowerPoint speichern. So können Sie sie etwa den Studenten als Skriptum zur Verfügung stellen.